Aha! Sehr schön. Ein Baseball-Handschuh. L, 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 L. Okay. Hm. Obwohl, das ist eigentlich noch ganz angenehm, runterzukommen. Z-Means. Achso. Ich hab das irgendwie grad verwechselt, ähm, mit so einer Mine. Hier ist bestimmt... Ja. Uh. Jetzt wollte ich noch gucken, was ganz unten ist. Ups, Entschuldigung. Ich hab's getötet. Mal rein da. Jetzt muss ich zwar den ganzen Weg nochmal zurück, aber das nehme ich in Kauf. Das war sehr knapp. Ah, ich wüsste jetzt nicht, wo in diesem... Oder dem allerersten. Oh, rast du mal aus, ey. Toll. Paar München noch einsammeln. Geh mal weg, ey. Guckt auch so, so. Hm, hm. Ich mach dich gleich tot. Nein. Do not blitz me. Ah, und das Ganze wieder zurück. Marsch, marsch. Hoffentlich sterb ich jetzt nicht. Wow. Das Spiel hat irgendwie grad gehangen, oder ich hing da fest. Ich... Ich hab irgendwie schon sowas, ähm, gedacht, dass das passiert. Also, jetzt müssen wir ja nur noch zum Ende durchwaschen. Haben's aber nicht so viele schöne... Sachen. Lach. Komm mal her. Na, das war so klar. Ja, ist auch, weil ich den auch sehe, ne? Ist logisch. Und so. Oh, ich hab nur noch acht Leben, ey. Ich will doch nur ein bisschen Geld mitnehmen. Wenn man schon mal in so einem Level ist. Dann muss man das auch mitnehmen. Komm, mach mal. So, und jetzt gleich bitte nicht direkt sterben. Ich weiß nicht mehr, was da drinne war. Aber das will ich jetzt auch gar nicht wissen. So, ich hab Hunger. Ach, Mann, ey. Jetzt gleich muss ich aber aufpassen, wenn ich durch die Tür gehe. Ah, nee, hier oben war ja noch ein Herz, genau. One up. Schön. So. Give me the cash. Kommst du runter? Nee, der sitzt da oben. Toll. Toll. Ah. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt oder wo? Soll ich oder soll ich nicht? Nicht wegfliegen. Ach, ja. Ach, genau. Soll ich oder soll ich nicht? Ähm. Das war, ging aber spät. Ähm, das bezog sich jetzt auf Speichern. Aber da ich ja so ein Vergrößerungsdings hier hatte. Also ein Upgrade für mein Dingsy-Boomsy für meine Größe. Für meine Power, sag ich jetzt mal. Ähm. Deswegen hab ich's dann gelassen. Warum ist der denn jetzt so fix? So. Cash in the cash. Okay, das ist jetzt wieder ein Eisenbahn-Level, sag ich jetzt mal. Das sah nämlich sehr auf der Karte danach aus. Ja. Dann wieder die tolle Musik. Die so schön aufregend ist. End der Tränen. Der Tränen ist going. Tränen keeps moving. War das Tränen keeps moving? Irgendwie sowas? Von Aerosmith? Irgendwie sowas war da. Tränen keeps. Hm. Schade. So, warten. So. Ganz hinten. Natürlich. Ich hoffe mal, wir haben jetzt einen für größeres oder ein Checkpoint. Das ist auch gut. Gut, dass ich den Checkpoint genommen hab. Ist immer sogar groß. Wahnsinn. Bratzel, Batzel. Ach, jetzt immer wieder so schnell, weil wir diesen Flugzeugskopfhelm haben. Ich hab immer Angst vor dem Messer, was da wieder zurückkommt. So. Ich hab immer Angst vor dem Messer, was da wieder zurückkommt. Abwarten. So. Uiuiuiui. Obwohl, das ging ja. Das war kein Problem. Ich glaub, das wär besser gewesen, wenn ich überall drunter gegangen wär. Fuck. Fuck. Oh, ich mag Scrolling-Level nicht so. Da kann man sich nicht so viel Zeit nehmen. Und mit dem Checkpoint kommt ja auch keiner mehr. Ich mag diese kleinen Viecher irgendwie. Ah, jetzt bleibt es ein bisschen stehen geblieben. Oh, es hing wieder fest. Ich frage mich, warum die hier teilweise offen sind und warum manchmal nicht. 27, da war ja nicht so überragend. Boss? Boss-Action. Okay. Von da aus denke ich mal, kommen wir wieder zurück. Hoffe ich. Toll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Will ich nicht haben. Ja. Geldgeilheit und so, ne? One more time. Oh, wir haben ja schon sechs. Ach, Mann. Ich will aber weiter aufnehmen. Ich muss auch gleich nochmal gucken. Ach, komm. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich will wissen, was dahinter ist. Ja, ich bin auf den drauf gesprungen. 36, muss ich gleich mal zurückrechnen. Puh. Puh. So, ich kann mich gar nicht... War da nur ein Herz drin? Ist das weg? Ich dachte, es wäre weg. Schade. So, wieder zurück, Marsch-Marsch. Nichts. Na gut. Könnt ja sein. Ah! Da haben wir was. Nicole, bestimmt so Wiesenmünze. Oh! Ein großes Leben! Und die Wolke ist weg. Dumm! Auch gern, gerne, gerne. Und da ist bestimmt der Checkpoint drin. Ja, nehmen wir auch mit. Ganz einfach umgehen, die Scheiße. Da habe ich mich jetzt mal gewagt. Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also. Okay. Okay. Also.